Oh, was macht er denn da? Ja, was? Oh, leu, 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 leu. Ich hab sowas noch nicht gesehen in meinem Leben. Verkackt. Fragt mich nicht, warum ich hier in einer Jacke sitze. Ich weiß es selber nicht, weil die ist so schön kuschelig weiß. Oh, RK5. Oh, Jacke. Oh, RK5. Yo, Leute, Brut ist wieder am Start. Heute wird mal wieder gesniped. Und wir werden heute mit der verdammten RSA spielen, Leute. Ich werd auf jeden Fall, also ich hab so Angst vor der Waffe gerade. Aber bevor es damit losgeht, Leute, ich hab auf jeden Fall in der letzten Woche viele Videos hochgeladen, wo ein paar vielleicht auch untergegangen sind bei euch. Also checkt gerne das nochmal ab. Zum Beispiel mit Jam kam ein Video. Dann kam chilliges Snipeman, Black Ops 2 auch online. Und checkt auf jeden Fall gerne auch nochmal ab, ob ihr noch Abonnent bei mir seid, weil ich so oft einfach wieder angeschrieben werde und in den Kommentaren lese, ja, mein Abo ist weg. Und dann denk ich mir nur so, danke, YouTube. Danke. Aber Thema heute. Passt auf. Wir werden spielen RSA Interdiction mit Ballistikprozessor, Schnellfeuer und Schnelles Magazin. Ich hab da so viel drauf geballert, einfach, weil ich... Und ich hab auch kein Thermalvisie drauf gepackt, weil, Leute, ihr müsst heute einfach sehen, wie ich mit diesem normalen Visier einfach verkacken werde, ne? Also ich hasse diese Waffe wirklich über alles. Das war ja die erste Sniper, die rausgekommen ist, die man ziehen konnte. Und die DBSR ist so viel besser. Und auch alle anderen Sniper. Es ist einfach so das Schlechte von den Lokos und das Schlechte von der SVG einfach kombiniert. Und wir werden es heute einfach nochmal versuchen. Ich werde wahrscheinlich eh primär mit der RK5 spielen, aber vielleicht kriegen wir ein paar Kills damit hin, Leute. Und dabei ist auch noch der Spezialist Reiniger mal wieder. Nach langer Zeit, ich hab so Bock, die alle wegzuflammieren, weil solche Schwitzer online sind, Blitzrack, Thermos, Geist. Lasst uns einfach jetzt die Gegner auseinander nehmen und hoffentlich irgendwas hinkriegen. Go. Leute, ich muss gegen einen Typen spielen, der eine 3,3er KD hat. Oh mein Gott, das hört sich so schön an. Los, ziehen wir los und räuchern sie aus. Come on, Alter. Genau das habe ich jetzt gebraucht vom Reiniger, dass er das hier sagt. Ich werde mich instant hierhin campen und... Oh, tja, moin. Alter, hab ich Glück gehabt. Was für ein Typ war das? Ich guck mal in meinen Feed, was für Leute ich da auch hole. Da war er. Was? Okay, okay, okay. Absolut perfekt hierhin geaimt. Schneiden jetzt. Nein, 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 nein. Hilfe. Was passiert hier? Digga, das will ich jetzt sehen. Was war das schon wieder für ein... Habt ihr gesehen, wo der Schuss hingeflogen ist? Oh. Oh, RSA, ne? So scheiße merke ich gerade, ist die gar nicht. Und ich habe heute einfach einen guten Tag. Oh, hier drin, hier drin ist einer. Bitte lass mich ein bisschen snipen, bitte. Ja, ja. Nein, der haut ab in dem Moment. Oh, erst den. Dann... Hä, wo? Wo? Oh, da? Da war auch noch einer gerade. Der ist schon wieder weg. Als ob der sich mal wegbeamt. Ne, das ist... Ey. Halt, guck mal. Der fällt eh wieder runter. Aber ich hole ihn lieber so. Ey, ich habe die so ewig nicht gespielt. Die Waffe, die ist ja gar nicht so verkehrt. Auch wenn sie halt so weit reinzoomt wie die SVG und mehr Hitmarker macht. Oh, oh. Jawoll, Mann. Alter, das ist echt der Jackenbonus, ne? Alles nur wegen der Jacke. Oh, ne Witz. Uh, hier. Oh. Ja. Und da ist auch noch einer. Lol. Gib ihm. Turn on. Und? Hallo? Ich habe so ein Glück. Und noch einer. Habt ihr es gesehen? Da waren noch zwei, oder? Ich hätte... Guck mal. Da, warum war der Schuss nicht drauf? Ich schwöre, Alter. Das war wieder Connection. Den gönne ich mir doch. Ja, RK5 Regel. Jawoll. Kommt noch einen. RK5, RK5. Guckt euch den an. Lappen. Get rekt. So, come on. Weiter geht's. Oh, die RK5. Meine Lieblingswaffe. Oh, oh, oh. Aber wisst ihr was? Ich habe gerade Bock, hier mal einmal kurz Hallöchen zu sagen. Und hier dem auch nochmal Hallo zu sagen. Und hier drin kann man auch bestimmt nochmal irgendwem Hallo sagen. Hallo. Da, hier, da. Stirb ruhig auch. Alter, jetzt easy. Pass auf. Nein! Der Sniper, Mann. Ich hätte da bleiben sollen. Ich dachte, rechts kommt einer rein. Und dann hat er das Glück mit seinem Thermal. So, liebe Leute. Zack. Weg mit dem. Und da. Der hat mich geärgert. Hau ab, Digga. Da. Rechts ist auch noch einer. Oh, ich hätte den Quad machen können. Aber nein, natürlich. Ich kriege den Double-Hit-Marker. Ich habe so ein Pech in meinem Leben. Das ist unglaublich. Lol. Einer ist im Gegner-Team 0 zu 12, ne? Ist er echt so schlecht, oder? Uiuiui. Habe ich den aus seinem Leben gesnipet. Ist hier ein Close-Range-Kill oder ein Range-Kill? Ich weiß. Das ist der Typ, der absolut auf Karsch... Wo ist er? Wo ist er? Hier rein. Hä? Manchmal checkt man... Uiuiui. Moin. Da ist ja schon wieder der Reiniger. Wie schnell kriegt man den, Alter? Krass. Oder bin ich einfach gerade gut? Moin. Da will ich jetzt einfach mal gucken, ob da ein paar Gegner kommen. Der steht 14 zu 13, obwohl er eine 3-AK-D hat. Lol. Da bin ich ja besser. Huh. Hallo. Moin. Immer schön rechts-links. Hit. Ah, das hat mich natürlich jetzt... Aus meinem Leben, gell? Ey, ey, pepe. Habt ihr schon mal so ne... Gönnen? Immer mit einem Lächeln durch die Map laufen. Immer mit einem Lächeln. Ey, Mann. Ich merke gerade, dass das Game gerät völlig außer Kontrolle. Oh. Gegnerischer rein. Oh, oh. Ich will reinigen jetzt. Komm. Ich will jetzt nochmal alles geben mit dem Reiniger. Komm. Ich mach das jetzt. Ich schaff das. Ich trau mich. Jawohl. Nico, weg mit dir. Scheiß Ripper ausgeschaltet. Ja. So läuft nämlich der Hase. Äh. Da muss ich jetzt hier rein. Einmal vorsichtig. Vorsichtig. Ja. Hier da. Sensor auch ausgeschaltet. Ich mach nur die ganzen... Er steuert ihn selber. Au. 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 Ich mach absolut lächerliche 33 Kills in meiner Einspielrunde um mein Team. Klingt einfach nicht geschissen. Teammates haben aber wieder richtig Bock hier. Hier außen was zu reißen. Deswegen mach ich jetzt hier wieder die Action. Aber jetzt möchte ich ganz gerne... Nein. Oh. Ich hätte die RK5 direkt... Ich muss gleich wirklich, wenn ich Hitmarke mache, immer die RK5 ziehen. Da ist auch was. Äh. Äh. Tschüss. Hau rein. Komm. 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 Hier. Da ist was. Ich mehr... Nee. Ey. Vier Ripper. Ich bleib einfach hier drin, oder? Einfach so. Zack. Hitmarker across the map. Drecks. Waffe. Ja. 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 Das Visier ist so scheiße. Och. Nö. Wieder Hitmarker. Oh ja. Oh ja. Reiniger. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja. Oh ja. Ihn erstmal. Eingenommen. Und jetzt hier außenrum. Komm, Alter. Die Action ist jetzt am Start. Come on. Hoi. 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 Tschüss mit dir. Und ist hier noch... Hoi. Ich sterbe jetzt nicht. Nein, nein, nein. Ich lauf jetzt hier rum. Ganz gediegen. Weggereinigt. Ja boah. Eiii. Die Schneepass. Lächerlich. Oh. Hinter uns. Ja. Ja. Hä? Wo läufst du lang? Hä? Hier. Da. Aufs Maul gekriegt. So. Komm schon. Oh mein Gott. Spiel mit mir. Ja, wahrscheinlich. Ich hab so ein Pech. Frech. Also ich soll jetzt echt auf Handtüteres machen. Soll ich das wirklich versuchen mit der RSA? So, ich bin gerade richtig im Modus, hier alles platt zu machen, merke ich. Aber dafür müssen... Nein. Die Gegner halt auch mal... Es springt jetzt. Es springt eh da hoch. Jawohl. So, und weiter geht's. Das Ding ist halt, man muss mit der RSA eher so ein bisschen hardscopen. Weil die... Guck mal, wie... Oh. Ich hab... Ich hab, ums zu demonstrieren, gepre-feiert, ne? Und ich krieg trotzdem den Scheiß-Hit. Ah. Oh. Camper. Ey, wir... Bleib stehen, danke. Köpfchen, zeig dich. RSA ist so schwer, Mann. Scheiß, Dreckswaffe. Oh. Bam. Oh. Jawohl. Ich werd einfach die ganze Zeit immer direkt auf Hitmarker tendieren und direkt danach die Waffe zücken, wenn ich so angehltet hab, oder? Ey, was? Okay, meiner. Großer Reit hier. Hallo. Ich nehm mich doch mit. Tschüss, hau rein. Oh, dankeschön. Dann mach ich doch den erst platt. Ey, mit Reiniger läuft der Hase halt, ne? Ich hab ein bisschen Angst vor... Nein. Mann, wenn der mich jetzt holt, war ich nicht. Oh, danke, Mann. Das ist so schwer. Ich mach so viele Hitmarker. Ich glaub, ich hab in meinem Leben noch nie so viele Hitmarker in einem Spiel gehabt. Überall Gegner, überall. Ai, 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 ai. Oh, hat er mich gesehen? Colette! Nein, doch nicht. Verdammt. Äh, äh, erstmal... Nein, hier ist noch einer. Hallo. Lass mich den holen. Ja, 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 ja. Perfekt. Da ist... Oh, der Blitzschlag. Wow. Wow. Das ist ja wonderful. Einmal gucken. Hinter mir irgendwo. Ich hab keine Ahnung. Die Map bugt wieder. Wunderschön. Nein, 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 nein! Hä? Hä? Jawoll. Ripper, Alter. Wollte er mich wieder rippen, die kleine Sau. Ja? Moin. Weg mit dir. RSA ist der... ...dreckigen Laufwege. Hitmarker. Und noch ein Hitmarker. Jawoll. Sniper. Der hat Bock. Der hat Bock. Ah! So eine Dreckswaffe, ne? Oh, ich hab gehört, hier unten sind Gegner. Oh, oh, oh. Nein. Ah! Oh, was macht er denn da? Ja, und was? Oh, 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 oh. Ich hab sowas noch nicht gesehen in meinem Leben. Digger. Aha. Er chillt da einfach. Moin. Einmal kurz den Schweiß von den Stirn wischen. Hm. Lecker. Na? Wer snipet sich denn hier schön ein? Da. Du oder was? Äh! Was zum F*** war das für ein lautes Geräusch? Lol. Ey, Nate und das Ding gleichzeitig, das war so laut in meinen Ohren. So, komm jetzt einmal Konzentration hier. Und die Scheißstreaks hier machen. Dass ich mal nochmal so kurzes, chilliges Gameplay habe. Auch mit der RK5 ist mir alles jetzt egal. Ich hab ja eh keinen, keinen Ansporn hier mit der... Hallo, rennst du bitte nicht alle von mir weg? Nicht den Ansporn hier alles mit der Sniper zu schaffen, weil die einfach... Ich bin doch nur ganz gechillt. Einfach ein bisschen chillig die Gegner weg. Sniper. Aha. Oh, hier drin. Der wird doch erstmal... Die spielen alle so räudig. Bam. So. Oh. Ja, komm Shotgun. Komm, gib's mir. Ja. Guck mal. Ich mach jetzt einmal die geilste Taktik der Welt. Aha. Sie kommt zu mir. Jawohl. Komm. Kommt alle her. Kommt alle her. Los. Kommt zu mir. Los, 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 los. Da oben. Ja. Nein, das war mein Kill, du Blödmann. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja, genau so gehört sich das. So, zack. Nächster. Come on. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Kommt. Da oben. Ja, weg mit dir. Schön. Kein Ripper bisher. Wunderbar. Perfekt. Genauso soll es lau... Wieder durch die Wand. Durch zehn Wände. Ich will jetzt, wie wir zwei, guckt euch an, wie der leckt. Ah, ja. Zack. Weg mit dir. So. Jetzt hier oben mal den kurz weggesniped. Oh, ich spüre, jetzt habe ich ein bisschen die Aura. Oh, nice. Team, come on. Einmal kurz easy peasy reinlunzen. Komm. Bitte. Bitte. Ja. Kein Hitmarker. Wunderbar. Ich glaube das nicht. Oh, hier. Nein, nein, nein. Weg mit dir. Oh, hier. Da sind alle. Junge, ich sehe nichts wegen diesem Tracksvisier, ne? Oh, ja, ja. Da ist meine Maus dann auch weg. Hallo? Das war ein Schlag von hinten in den Rücken. Wie kannst du nicht umfallen? Maus dann auch. Ich komme nicht drauf klar. Ja, manche Leute geben mir im Vorbeilaufen, butzen Box. Unglaublich. Zack. Weg mit ihm. Ja, Blitzschlag. Komm, gib ihm. Oh mein Gott, war das der heftigste Schuss aller Zeiten. Ich glaube jetzt, das war der Startschuss für die Streak. Ich merke das. Ich spüre das. Jawohl. Let's go, Alter. Auf jede Range mache ich euch jetzt platt. Egal wie. Ich balle euch alle um. Er macht. Ich bekomme nicht drauf. Nein, Shotgun. Nein. Oh, jo, jo. Junge, ich habe Reiniger jetzt. Ich kann gleich so die Streak machen, wenn ich irgendwie noch. Nein, komm her. Ey, ich komme nicht drauf klar, wie die rumlägen, ne? Nein. Nein. Jetzt Reiniger. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Wo, wo, wo? Ja, da. Komm, Nummer eins. Jetzt, komm, wir schaffen das. Den auch noch mitgenommen. Er hat keinen Bock. Er hat keinen Bock. Oh, oh. Hier sind überall Gegner. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Ihn mitgenommen? Hier sind noch mehr. Kommt rein. Kommt doch. Wo sind die? Da war noch was. Das ist mein Kill. Nein, er klaute mir. Ich habe noch Reiniger. Lol. Wie viel? Okay. Okay. Okay, da ist Sense. Den mitgenommen? Nein, 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 nein. Ich werde jetzt nicht gesniped. Oh, oh. Oh, war das knapp. So, Zerberus. Ja, moin. Raus damit. Und schnell nochmal den. Oh, jetzt ist die Runde vorbei. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ey, Mann. Ich mache auch noch die Dust. Ey. Ja, ich habe erreicht, wofür ich gekommen bin, Leute. Das würde ich doch einmal so kurz festhalten als die schlimmste Sniper, die ich jetzt wahrscheinlich erst mal wieder ein paar Wochen und Monate nie wieder auspacken werde. In dem Sinne, Leute, wenn es euch irgendwie gefallen hat, der Zusammenschnitt. Ich habe es ja diesmal wieder ein bisschen cooler und mehr Schnitt und sowas reingesteckt. Also, wie gesagt, eine Arbeit und so. Also, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr auch das Ganze wieder dann demnach auch bewerten würdet. Und ihr schreibt, wie euch das so gefällt. Und in dem Sinne bin ich raus, Leute. Lasst gerne Abo, Like, Kommentar, alles da. Und dann würde ich sagen, Leute, schaut gerne beim letzten Video vorbei. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Geil!